Ich möchte gerne wissen, ob der Prechensprecher vom Kuhdorf hier ist. Geschäftsführer ist in der Dankeschön. Hallo, mein Name ist Thorsten Wieske, ich bin der Geschäftsführer vom Kuhdorf Berlin. Ich möchte hier die uneingeschränkte Solidarität zu Jimmy äußern, dass Kuhdorf ist ein Pool von Menschen aus vielen, vielen Nationen. Bei uns arbeiten Menschen aus Afrika, aus Asien, aus Russland, aus Amerika. Bei uns ist kein Platz für Rassismus und dafür stehe ich auch. Ich selber bin auch bei den Grünen, ich selber habe Toleranz gelernt. Ich komme nämlich aus Kreuzberg, Neukölln, ich bin da groß geworden. Ich war in der Otto-Harnofer-Schule, ich weiß ganz genau, wie das ist. Und ich werde alles dafür tun, dass das in der Form, leider muss ich dazu sagen, wir kennen sicherlich Gewalt durch angetrunkene Menschen, wir kennen aber bei uns im Kuhdorf keine Gewalt, die rassistischer Natur ist. Das haben wir so noch nicht erlebt. Und ich bin komplett schockiert und ich werde nachher, wenn ich darf, auch mit zu Jimmy gehen. Ich bin extra heute aus Hamburg hergekommen, weil ich bin nach Silvester weggefahren. Ich habe sehr spät davon erfahren, was da passiert ist. Und wir werden ihn auch unterstützen, jetzt in seiner schweren Zeit, nicht nur finanziell, sondern alle Mitarbeiter werden helfen. Und er hat hier auch weiterhin ein Zuhause bei uns. Das wollte ich nur gesagt haben. Vielleicht könnten Sie, wo Sie hier sind, uns noch kurz erklären. Im Berliner Kurier stand, dass die Polizei erst von der Feuerwehr gerufen worden ist und nicht von Ihrer Seite. Dazu möchte ich Stellung nehmen. Ich habe meinen Betriebsleiter gefragt und habe die Security extra angerufen, weil ich habe das auch gesehen in der Abendschau, was da gesagt wurde. Es gibt einen Betriebsleiter und einen Geschäftsführer. Der Geschäftsführer ist für die Gesamtheit verantwortlich und abends gibt es einen Betriebsleiter. Der Betriebsleiter wurde informiert, dass da was passiert ist. Als erstes ist natürlich die Security losgerannt und wir haben sofort die Feuerwehr und die Polizei informiert, so wie es mir gesagt wurde. Und ich habe vorhin auch noch mal mit der Polizei gesprungen, heute Morgen, wegen den Videoaufnahmen. Das ist nämlich eine ganz schöne Aktion. Ich habe die mit gestern sichern lassen sofort, als die Polizei nachgefragt hat. Das dauert aber pro Video etwa sechs Stunden, das freizugeben. Die müssten jetzt alle bei der Polizei sein. Ich glaube, dass wir gute Chancen haben, wenn die durch den Eingang gegangen sind und Jimmy die erkennt, dass wir die Bilder verwerten können. Da bin ich fest von überzeugt, weil die Qualität der Bilder ist da ganz gut. Wir haben sofort natürlich den Krankenwagen gerufen und die Polizei, wie jetzt das Einzelne ist, weil wir kennen das ja schon, ob die Polizei gleich mit dem Krankenwagen gerufen wurde. Das ist die Frage, die ich jetzt noch klären muss. Meiner Meinung nach ist es wirklich so gewesen, dass wir die Polizei gleich mitgerufen haben. Und das hatte mir heute Morgen der Mann von LKA auch am Telefon bestätigt, weil ich extra noch mal nachgefragt habe. Wir sind aktiv geworden. Das machen wir immer. Wir haben zwar eine Security, aber wir haben noch eine bessere Security, das ist die Berliner Polizei.